Hallo und herzlich willkommen bei Left 4 Dead 2! Bei der Addon-Kampagne The Sacrifice, die wir vielleicht endlich mal gewuppt kriegen. Ja, weil wir haben jetzt mal The Sacrifice übersetzt. Was da heißt? Sai? Ja, das Opfer. Bist du so die Opfer rum? Sai das Opfer. Unser Opfer ist nämlich Sai. Ja, weil die beiden... Jetzt geht er weg! Nein! Ja, und der Pfeil will sich freiwillig opfern. Ja, weil mit der Add doppelt sie beide zusammen und... Ja, da macht das nicht so viel. Die haben ja ihr ganzes Dings vor sich. Ich muss mal hier leiser machen. Das Spiel. Ja, wer hat den hier aufgemacht? Ich hab ihn nur davor bestellt. Ich kann ihn. Auf jeden Fall, ich bin ja sowieso älter als weiter zusammen da. Wie gesagt, macht nicht Ruhe. Deswegen spielt der hier auch mit Opa. Ich find den Opa cool. Schnell eindecken hier mit Rohrbomben. Ja. Molly liegt da auch. Und wir wissen ja jetzt, dass einer sich opfern muss, um da runter zu springen. Okay, dann gehen wir erstmal zum ersten. Wahrscheinlich wissen, dass hier unsere... Geht nicht! Geht nicht! Meine Tastatur! Oh, ja, jetzt geht's. Huh? Hallo? Ähm... Wieso? Was denn? Muss euch glaub ich enttäuschen, aber ich glaub mein... Mein, 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 mein Ding ist der. Vorfahreste ich denn? Ne, geht schon. Hier unten. Oh! Warte mal! Ich mach's an! 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 Okay! Erstmal hier unten, wenn sie weit weg sind. Erstmal. Ich hab das Gefühl, mir rennt einer hinterher, weil hier... Ich rennt hier hinterher, aber sonst... Ja, da ist auch ein Zombie, wirklich. Und ich kling auch wie ein Zombie, aber... Stop shooting me! Ja, wer... Stop shooting me! Hier hinten liegt Adrenalin in der Ecke, falls einer braucht. Ne, hab selber. Kann hier dann mach an, du wolltest doch anmachen. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte, dann mach ich den, dann machst du den nächsten. Ja, warte, dann mach ich den, dann machst du den nächsten. Pff! Ja, du bist so langsam! Oh, die Fresse! Deine Mutter ist langsam! So! Jetzt kommen erst mal hier Fuzzis! Granate! Ja! Ja! Toll! Ja! Das war super schlau gemacht! Die kommen doch erst, wenn die... Ach du, hey! Ach du, hey! Ach du, der wirft! Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Okay! Jetzt... Jetzt ist Incoming jetzt! Geiles Zeug! Er ist down! Ja! Er ist down! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Er ist doch vor Ort! Er ist immer noch! Scheiße, meine alten Kichterflüge! Scheiße, meine alten Kichterflüge! So, dann kommt mal mit! Oh Mann, ey! Warte mal! Ich brauche kurz Moni! Wo bist du, Naika? Ich stehe hier! In den Zombies! Oh, sorry! Das ist gut! Passiert! Ist mir auch schon passiert! Oh! Fett Arsch! Hol mir kurz Plattformen! Boah! Mit Glück wird sein Charakter jetzt gleich inaktiv! Dann können wir weitergehen! Da ist ein Hunter! Ja, war so klar! Immer auf die Schwarzen! Immer auf die Schwarzen! Sag ich doch! Echt? So ein Scheiß? Nur weil ich Schwarz bin? Ja toll! Erstmal technische Probleme! Gerade wo wir die Lösung wissen! Ja, ja, ja! Oh! So, jetzt geht's! Okay, dann geht schnell weiter! Hier, landen wir! Hier ist irgendwo ein Jockey! Achso, das war ihr! Entschuldigung! Okay! Hier ist irgendwo ein Jockey! Ja! Ja! Ich sag's ja immer auf die Schwarze! Ja, ich sag immer, ne? Ich sag immer, pass auf, da ist die! Da ist jenes! Da ist das! Und in dem Moment kommt das Vieh meistens auch! So, Tani wollte das jetzt benutzen! Ja! Ich möchte das benutzen! Hier kommt auch ein Tank, ne? Das wisst ihr alle! So, hier liegt noch Molly und Pillen und eine Axt! Ist das jetzt an? Du musst gedrückt halten! Okay! Ich mag den los! Genau, da kommt der Tank irgendwo her! Oh, ne Axt! Also, passt bitte auf, ne? Ich hab Angst! Ich will hier nicht so nah dran stehen! Hier ist irgendwo ein Boomer! Ne, das ist ein Tank! Nein, das kommt uns! Hör doch mal! Wo ist denn jetzt? Der Tank ist down! Moment! Ich will hier nicht runterfallen! Ich will das immer mitnehmen! Äh, geh hier auf dem Balkon! Oh, ii! Vom Balkon kann man die eigentlich ziemlich gut abwehren! So, wir können auch direkt hier rüber gehen! Hier durch das Haus! Oh, ne? So, ich hab mal! Weil hier, wenn wir hier durch das Haus gehen, kommen wir direkt unten zu dem Generator! So ein schlaues Kind wie so! Und ihr? Sai ist irgendwo weit hinten weg! In unten! Wie immer! Komm, hier ist die Generator zum letzten, ne? Ich bin mal in der Falle! Oh, Sai! Entschuldigung! Wow, Hilfe in der Zunge! Die zieht mich hin in die Kante! Wo bist du? Warte! Ah, gut, zack! Sai! Ah, hast du schon! Sehr schön! Oh, sorry! Ach, wenn der ist nicht klar! Oh! Geh weg! Fett Arsch! Danke! Da ist ein Spitter! Boomer! Da schießt doch! Oh mein, toll! Ich hab den Spiel gerade geleckt! Komm, wir müssen zur Brücke! Oh, Sai, du solltest dich verarzten! Sai, komm, schnell! Komm! Komm! Hey! Hey! So, sind jetzt alle zu mir und jetzt geht nicht mit Drücken los? Da ist er! Weg, 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 weg! Dann ist er! Geht er! Geht er! Und ihr setzt hier nicht runter! Haben wir wirklich alles benutzt? Wir haben alles benutzt! Ja! Da ist er! Da ist er! Es geht, es geht. Blinter! Was hoch mit uns? Wir müssen hier nach oben. Erstmal. Und dann müssen wir erstmal hier drücken. Drück mal. Okay, und jetzt muss Sai, wollte ja nach unten rennen. Oh, ich hab kaum noch Muni. Das wird super. Warte, wir fahren ja auch erstmal. Ich geh schon mal hier dran. Ich geh schon mal hier dran. Ja, ich schieße mit den Granaten. Wenn einfach durch. Die laufen dann hier vorbei. Ja, ist okay. Komm jetzt los. Scheiße. Jemand muss dich heute noch richtig reißen. Was? Oh, Tanja. Was? Toll. Moment. Alter, ich versuche runter zu gehen. Du bleibst hier oben. Boah, verpiss dich. Mann, ey. Verdammt. Boah. Scheiße. Das schaffe ich nicht. Ich bin hier. Ich mache das gerade. So. Ich hab mich nicht geopfert. Oh. Und Tanya hat sich auch geopfert, aber. So ungefähr wie Soraza. Ja, okay. Was, wir haben jetzt alle gefehlt. Hä? Tanya ist auch gestorben. Wie? Lagst du zufällig Tanya? Ich lag, aber. Ja, äh. Achso, ja, ja, logisch. Toll. Ich opfere mich nicht bei euch. Ich opfere mich das nächste Mal, bitte. Oh, jetzt. Ja. Das ist ein guter Gefühl, I guess. Wie viel der Stuhl gerade so flog. Oh, das ist so flog, echt. Ah, ey. Diese scheiß Add-on-Kampagne, ne? Hier ist noch ein, äh, Dings, ne? Medipack. Sy, nimm das mit. Achso, dein... Die Tastatur ist wieder arschig. Ja, achso. Ja, ich weiß ja warum. Die Quadri, die ich reingetan hab, das ist die einzige übrigens, die noch übrig war, ist eine Rechargeable. Das heißt, die ist leer. Tut mir leid, meine Lieben, aber wir haben schon wieder Versagen. Ja. Am besten gilt, äh... Und Sy ist schuld. Ja, Sy ist schuld, weil der, weil der gestorben ist. Weil der alte. Weißt du, jetzt einfach, ich bin so durchgerannt. Mich hat überhaupt keine angefallen, außer ein paar einzelne Zombies, aber die waren ja... Könntest du so wegboxen. Ja. Ja, wir haben nur auf dich gewartet, weil wegen deiner Tastatur drückt. Boah, ich warte auf euch die ganze Zeit. Ja, aber wegen deiner Tastatur haben wir gewartet. Du sagst ja Bescheid, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, ganz ehrlich. I mean, that's not cool. Nur weil du alt bist, heißt das nicht, dass du so, ne? Alt und drecklich oder wie auch. Ey, warum liegen hier keine mehr? Mann, ey. Hier stehen auch gar keine Zombies, was los? Aber die erste rennt schon auf die Two. Huh? Was war das denn? Oh, hier liegen Mollies. So, fäll ich wieder runter. So. Komm, lass uns erst mal mehr runtergehen. Ich hab dich geschützt. Dankeschön. So. Jetzt kommt da oben wieder der Tank. Von hier die Straße. Wir können ja schon mal laufen. Wir müssen uns ja hier nicht verstecken. Oder? Es ist ganz gut, wenn man auf das Tastatur mit dem Maus rückelt. Und wo kommt der denn? Und wo kommt der denn? Und wo kommt der denn? Ah, da von rechts. Huh? 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 Alter. Okay, Tank ist tot. Schneid weiter. Ah, shit. Jetzt wird mal ein fester Tor wieder. Ich mach mal. Boah, ihr seid voll, das ist ja voll ätzend. Tani, so. Oh, mach mal. Ja, meine Maus rückelt ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. Zeit, wir können. Ja. Ich darf mal Mollie. So, jetzt. So, ja, genau, komm weiter. Tani, bist du da? Ja. Hat jemand noch etwas zu werfen da hinter uns? Ja, warte. Hinter uns, ne? Ja, ja. Werf einfach da raus. Huh? Die verpissen die sich schon hier. Ja, genau, Francis. Und wie ich immer noch eine Ohrbombe hab. Ja, du hast ja gerade alle eingesackt. Ich hab' da schon gefragt. Ich hab' ein... Du kannst doch immer nur eine einsacken. Ja, ich weiß. War ja auch nur ein Scherz. Es sei, benutzt du das gar nicht? Ich wollte, aber dann ist das irgendwie... Ach so. Du musst an den Kasten stehen. Ja, ja, ist okay. So, jetzt kommt der Tank wieder von irgendwo, wir können schon mal weiterlaufen. Das ist aber auch gut. Da wo Tani ist. Ne, warum? Naja, wir können auch sofort runterhüpfen. Komm, ich mach' direkt den nächsten, ne? Ja, mach' mal. So. Ah! Verdammt! Sei! Ja, toll. Der ist nicht da. Wir sind beide schon hier unten. Du bist mit den NPC alleine. Ach so. Ich dachte, ihr seid noch bei mir. Ne, wir sind runtergehüpft. So, dann jetzt aufzudrücken. Ich werde bei Ihnen noch nicht noch passieren. Ja, schön. Bitte bitte. Also ganz hinten. Ganz hinten. Ich wollte weiterwerfen. Ich bin ja noch hier. Oh, scheiße, ist das Ding. Der boxt mich direkt nach da rein. Scheiße. Der Tankerläufe! Eingesetzt. Ah, ein Handscharm! Alter, meine Maus ruf durch. Keine Gericht mehr hält. Bin ich grad bei, aber irgendwie... Ich hab' eben gerade ein schrecktechnisches Problem. Die hat ja nicht sofort gesetzt. Bist du jetzt tot? Ernsthaft? Komm. Oh, ich sollte mich heilen. Ja. Geht das jetzt hier mal runter? Wo ist der Tank? Boah, hier oben! Jetzt lade nach! Geht jetzt mal den scheißen Brücken runter? Boah, nein! Wir brauchen nicht. Wir müssen nicht noch einen verlieren. Komm jetzt. Jetzt geht's. Ich hab' noch ne Molly zum Werfen. Wir müssen erstmal hochgehen alle. Dann diesen behinderten Knopf drücken. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, gehe ich kurz einmal ne neue Batterie für meine Maus. Dann den Ball hat er nicht so gut, weil sie wollen hat. Ja. Was? Du musst den Knopf drücken, Tanni! Ah! Kann ich vergessen. Entschuldigung. So, will ich... Geh schon mal wieder runter? Soll ich das nicht machen? Ne, ich mach das schon. Ich werfe Molly da hinten hin schon nach. Du hast keine Molly, hast du noch ne Rohrbombe? Ja, ne Rohrbombe. Also, ich muss ja eh jetzt runter, ne? So. Jetzt halt auf! Ich, äh... Huch! Ja! So schnell kann's gehen, ne? So schnell kann's gehen, ne? Ja, Zoe, Hilfe! Äh, ja... Stand da eben noch. Haha, ich hab' gewonnen! Ja, ich hab' sie gefunden, die Batterie. Ich hab' gewonnen, sag' ich dir. So, ich hab' irgendwas lustiges erzählt. Ja? Ich weiß, warum meine Maus so geruckelt hat. Was? Weil ich mit dem... So, jetzt ist sie wieder da. Ähm... Sorry, meine ich bin grad aus dem Bild irgendwie gerutscht. So, ähm... Nein, ich lag mit der Hand auf dem installierten Touchpad. Und hab' es nicht mitgekriegt. Aha. Äh... Ich bin für überspringen. Nein! Nein! Ich hab' zum Beispiel einen Jockey getötet und zwei Charger. Das ist doch schon mal was. Das muss man wissen. Oder dass ich 100 gewöhnliche Infizierte getötet hab', ist auch sehr informativ. Informativ? Oder dass Tani am wenigsten Schaden erlitten hat, ist auch sehr informativ. Und Siam weiß... Wie kommt das? Ja, der Charger hat mir ja 200 mit einem Schlag gemacht. Und Francis hat uns beschützt, das ist doch auch gut. Francis! Und nur 421 Zombies sind bei dieser Filmproduktion verletzt worden. Dann haben wir auch schon mal mehr, ne? Ja, das ist ja jetzt nur so ein Teil von der Kampagne gewesen. Ja. Genau, und dann spielen wir gleich wahrscheinlich noch die nächste Kampagne für euch. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr das in der nächsten Folge. Der Spruch ist so alt. Tschüss! Tschüss!